moin moin hallo als ihr kommt zu einer neuen folge stardew valley 4 und so braucht dann dürfen jetzt gießen das ergibt mir weiß ernten so so dass noch ließ das noch das noch das noch so 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 nein out of water glück 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 müssen wahrscheinlich auch in diesem sommer auf jeden fall noch ein bisschen heu sammeln und nicht das problem aber auch gut zu wissen dass es so einfach ist Wer hätte denn das ahnen können? Dass das alles so einfach sein kann. Könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. So, jetzt. Ching. Mein Mais bringt nicht so viel, ne? Mein Mais bringt mir Geld. 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 Geld, 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 Geld. Oh, Geld. Ganz, ganz viel Geld, 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 Geld. Ich werde immer noch nichts machen, ne? Schade. Schade, schade, schade. Eigentlich müssten wir noch Hayley suchen, finden, besuchen. Looks grumpy. Warum looks so grumpy? Riposs. Was ist los? Warum bist du so grumpy? Warum? Hä? Warum bist du grumpy, Riposs? Weil du alleine bist, könnt ihr mir eigentlich noch ein zweites Küken holen. Eins allein ist vielleicht nicht genug. ein Eier. Und weg. Oh, und die sind uns mit der länge ich möchte einen Abenteuer in den Mund und Slave 4 jawohl gewinne mine und ich wollte eine sache bekommen haben die verschenken kann an den vater das kann ich mir schenken exzellent eine sweet pea die auch extrem viel wert ist super war ja klar ich bin auch etwas minderwertigeres auf dem weg dahin hier irgendwo da siehst du es bei spi 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 sp ja what can i do for you nein nein ich wollte ich wollte das nicht kaufen die größe meines hauses vergrößern und eine küche hinzufügen es würde nur 10.000 gold kosten 50 holz wie passiert ja aber die ganzen ganzen leisten hauses vorband verlegen ja bringt mir was bringt mir denn bitte den brunnen doch da den hardwood das sind ein paar slime hutsch genau big koop koop 6000 6000 so ich gehe mal kurz ein paar slimes schnetzeln schnetzel die slimes slimes schnetzeln so wir gehen nämlich in 25 trägt zu unserer schwert keiner ist da diese abgift also das ist wie ich dann schön So, Slimes. Kein Slime in Sicht. Dann muss ich das nächste Stockwerk finden. Ah, da. So. Was ist hier drin? Was ist denn eine Cave-Carrot? Was ist denn eine Cave-Carrot? Voran, um die Nächsten da zu vernichten. Genau! Awww. Eat the melon. Meine Güte, ey. Diese Viecher machen mich wahnsinnig. Ja, wohl gerade für den Sprecher. Ich bin eigentlich hier, um Slimes zu töten. Und nicht diese anderen Viecher. Oh ja, ganz schön, aber gar keine Kohle mehr. Ich habe gar keine Kohle. Das ist eine Geode, auch schön, ja. Da ist ein Slime. Ein einsamer Slime. Ein Quarz, nehme ich auch mit, also Slime. Wölfe schmieren auch noch das Slime. Das ist ja wohl nicht normal hier. Warum ist denn in den Kisten schon nichts drin? Ah, die nächste... Ja, genau. Genau, bleib weg. Slime. Slime. Ne. Du bist kein Slime. Ähm... Slime. 20 Schaden. Jawoll. Bin jetzt einfach rumgelaufen. Anscheinend. Mann, 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 Mann. Ist hier noch irgendwo ein Slime? Slime. 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 Vielleicht hier hinter... noch ein Slime? Slime. 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 Kein Slime. Es ist kein Slime in Sicht. wahrscheinlich irgendwie in die oberen Gefilde gehen sollen. Da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr gefunden. Oh. Ein Slime. Juhu. Ist die Melone. Ist die Melone. Jum, 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 jum. Was haben wir hier? Na? Ein Topatz. Aber auch kein Eisen, ne? Da finde ich ihn ab 40 vielleicht, weil das so das nächste Ziel ist. Vielleicht ist das auch der Moment, wo ich dann an Eisen komme. Er weiß das schon. Das ist doch ein Quarz, ne? Da ist noch ein Slime. Ein Slime. Ein Slime. Slime. Ähm. Juhu. Talk, du Wüter. Das ist immer das das Gleiche. ob ich den noch finde. Ob ich den noch finde. Ob ich den noch auf dem reden kann. Da muss ich nicht runter, weil genau deswegen. bin ich bei 30. Und so können wir beim nächsten Mal wieder bei 30 anfangen und kommen immer ein Stück weiter. Herrlich. So. Zauberer. Von aus. Oder von Sardew Valley. Du bist aber anderen Arsch der Welt, ne? Ich das recht erinnere. Bin gerade so rechts oben und er ist links unten. Alle gehen nach Hause, oder was? Es scheint ganz so. Party ist schon vorbei. Aber für mich ist noch nicht Feierabend, denn ich muss noch zum Zauberer, wenn ich noch einmal hin darf. Ich vergesse immer, wo das wo der Eingang dazu ist. so, da ist auf jeden Fall das Haus. und hier komme ich hoch. hoch. So. So. Was? Bis 11 p.m. Es ist 11.10. Das ist nicht nett. Das ist absolut nicht nett. ist es ist machen so die melonen bringen echt viel also es ist schon sehr angenehm katze so ja bitte schlafen 3 combat neues kochrezept 4 mining plus 1 auf die pickaxe das möchte ich mir anschauen was da jetzt los ist aus drei copper bar krieg ich ein eisen das ist gut zu wissen ok also mit diesem wissensfortschritt gehen wir dann in die nächste folge also bis zum nächsten mal bis denn tschüss